Das Wagen nehmen wir nicht mit jetzt. Lass das einmal da stehen, bitte. Weil wir haben ja schon, wir kaufen ja schon ein Bettchen für die Violetta. Komm, du sollst einmal zurückstellen da, bitte. Schau her mal. Lass du mal da herstellen. Schau mal. Luca. Schau mal, schau mal. Das nehmen wir mit. Papa, hast du schon gesehen, Papa, was die Luca kriegt jetzt? Sieht, wie linda. Wow, schau, ein Bettchen. Einen, einen für ein Car Seat. Einen Bouncer. Dann hast du einen Highchair und auch zum Umziehen. Gehen wir das gleich einmal mitnehmen für die Violetta. Ja, komm, schnell. Müssen wir bezahlen gehen, okay? Uhuhuhuhu. Schnell, schnell. Das müssen wir mitnehmen, okay? Vielleicht für dich da. Wow, gehen wir schnell bezahlen, Papa. Schnell, kannst du den Scout da reinsetzen? Gehen wir schnell. Werden im Buch, hallo. Empuja el carrito, Luca. Luca, vamos. Vamos, Luca. Empuja el carrito. Ven, das ist für dich. Ven. Ven. Vamos. Luca, nicht cry. Vamos. Vamos, mi amor. Vamos, vamos. Vamos. Ven. ¿Quieres empujar esto? ¿Quieres empujar esto? ¿Quieres empujar esto? O el grande? Esto o el grande? Este. Este o este. No, move, mi amor. No, move, mi amor. Oh. O leоло. Até. Nein. ệning. Vielen Dank.